Hey du, hast du auch genug vom Alleinsein? Dann haben wir die Lösung für dich. tmrradio.de und der Londoner Gotha laden ein zur großen Single-Party. Am Freitag, den 7. Dezember 2018, ab 20 Uhr. Für die richtige Stimmung sorgen die DJs Thomas und Jens von tmrradio.de. Außerdem haben wir Speed-Dating, ein Begrüßungsgetränk für die Damen und viele weitere Überraschungen mit im Gepäck. Also Hintern hoch, feiern, flirten. Und mit etwas Glück bist du zu Weihnachten nicht mehr allein. Alle Infos zur Veranstaltung findet ihr unter www.derlondoner.de Übrigens, auch alle Nicht-Singles sind natürlich herzlich willkommen. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst uns jetzt einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. und mitзién. Dann lasst uns jetzt teaching mal die Zahl der Geld länder auf den Bauch.